Hey du Sportskanone auf deinem Fettifahrrad, Entschuldigung, E-Bike. Hast du eigentlich Gurken auf den Augen oder warum hast du gedacht, dass die rote Ampel grün ist? Aber vielleicht glaubst du ja, dass dich keiner sieht, weil an dein Drahtesel eh kein Licht ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in deinem nächsten Leben als Kühlerfigur. Aggression im Straßenverkehr ist nicht lustig. Merkt ihr das? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.